Das ist der Lothar. Und den Lothar, den kennt jeder in seinem Ort. Der hat ein Fahrradgeschäft. Und dieses Fahrradgeschäft hilft allen Leuten hier bei ihren Fahrradproblemen. Trotzdem muss der Lothar feststellen, dass er immer weniger verkauft, obwohl Fahrradfahren doch voll im Trend liegt. Vor allem die Teileverkäufe sind stark rückläufig. Und das macht dem Lothar natürlich Sorgen. Nur vom Reparieren allein kann er nicht leben. Der Grund für Lothars Misere ist klar. Die Online-Konkurrenz macht ihm das Leben schwer. Als kleiner lokaler Händler kann er da einfach nicht mithalten. Aber nicht verzagen, Lothar. Hilfe ist schon unterwegs. Der Christoph und der Christian von A Company nämlich haben die Lösung für den Lothar. Und zwar zu einem ganz kleinen Preis. Das Marketingkonzept von A Company bietet ihm die Möglichkeit, sein Ladengeschäft wie gewohnt zu betreiben. Und zwar mit allen Vorteilen des Online-Vertriebs. So nutzt der Lothar den Online-Trend und bietet seiner Kundschaft weiterhin seine überzeugend guten Leistungen vor Ort an. Klingt kompliziert. Ist es aber nicht. Der Christian und der Christoph, die haben sich nämlich richtig Gedanken gemacht. Da Gemeinschaft bekanntlich stärkt, baut die A Company GmbH auf ein freies Verbundsystem von Einzelhändlern und unterstützt diese dann mit einem durchdachten und schlagkräftigen System von praxiserprobten Marketingmaßnahmen. Jetzt kann der Lothar aus dem Erfahrungsschatz von ganz vielen Schöpfen und seinen Kunden ein breites und attraktives Qualitätssortiment anbieten. Und trotzdem ist der Lothar immer noch der Lothar, tritt ganz individuell auf und kann von der professionellen Versandabwicklung, besseren Preisen und von wöchentlichen Aktionsangeboten auf verschiedenen Marketingkanälen profitieren. Und jetzt hat der Lothar ein modernes Unternehmen mit zeitgemäßen Leistungen. Und das Beste ist, der Christoph und der Christian helfen dem Lothar dabei, sein Marketing und seinen Vertrieb effizient und lebendig zu gestalten. Da, Lothars neue optimierte Website mit integriertem Shop-System. Das macht's dem Kunden einfach, die Artikel zu finden und zu bestellen. Und das klappt nicht nur auf dem PC, sondern auch auf dem Handy oder auf dem Tablet. Jetzt kann der Lothar selbst sein Angebot aus verschiedenen Warengruppen zusammenstellen und auch eigene Artikel einfließen lassen. Die Facebook-Anbindung versteht sich von selbst. Und da, ne eigene App. Da kommen die aktuellen Angebote direkt aufs Kundenhandy. Tja, das alles kann der Lothar kinderleicht und komfortabel über seine Online-Plattform verwalten und hat so jederzeit die volle Kontrolle. Jetzt braucht der Lothar sich keine Sorgen mehr zu machen. Denn jetzt ist er wieder im Kundenfokus. Und zwar als kompetenter Fachhändler mit attraktiven Preisen und einer modernen Plattform. Völlig unabhängig vom Standort und stark in der Händlergemeinschaft. Und die Kunden finden das auch super. Die können jetzt online bestellen, im Internet oder im Laden. Gut gemacht, Lothar. Gut gemacht, Lothar. Untertitelung des ZDF, 2020